Ich denke, Herr Stoch hat aus meiner Sicht den größten Bedarf an Urlaub aktuell und ich würde ihm wünschen, dass er vielleicht mal eine Bergtour zu Fuß tatsächlich macht, um Körper und Kreislauf zu stabilisieren und den Blutdruck vielleicht wieder zu normalisieren. Denn ich habe so den Eindruck im Parlament, dass mit dem Blutdruck vielleicht aktuell nicht alles so 100 Prozent in Ordnung ist. Na gut, wir sind ja jetzt generationsmäßig nicht so auseinander, da liegen ein paar Jährchen dazwischen, aber wir haben beide Enkelkinder und ich glaube, das ist immer ein abendfüllendes Thema, über die Entwicklung dieser Kinder zu sprechen. Und wenn man Politik ausklammert, kann man auch sonst über Zukunftschancen der Enkelkinder, was man sich wünscht für diese Kinder, kann man sich mal darüber unterhalten. Na ja, aktuell kann ich keine Serien nennen, weil ich schaue keine Serien an, aber aus meiner Kindheit und Jugend habe ich die Cartwrights bei Bonanza diese Serie da angeschaut, gerne angeschaut. Und heute würde ich mich gerne als Ben Cartwright, das wäre so eine Figur, die mir charakterlich entsprechen würde und wo ich mich schon drin wiederfinden würde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.